Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich solche Deckenspots einbauen und somit auch die LED-Einbaustrahler in der Rigipsdecke richtig verkabeln kann. Wenn du Bock dafür hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall habe ich im Keller mal eine Decke mit Gipskartonplatten abgehängt und da möchte ich jetzt einfach sechs solche LED-Einbauspots einbauen. Das Ganze ist übrigens für 230 Volt geeignet, bedeutet ich brauche hier nicht noch ein extra Trafo und ich werde es auch mit einem ganz normalen Lichtschalter betätigen. Dementsprechend ist meine Zuleitung dazu nämlich auch hier in dem ersten Loch drinnen. Hierfür habe ich die einzelnen Löcher mit so einer 68 mm Bohrkrone gebohrt und während wir diese Gipskartonplatten an der Decke angebracht haben, habe ich die einzelnen Löcher auch schon dementsprechend mit einer dreiadrigen Leitung verbunden. Hierbei geht man übrigens normalerweise so vor, dass man von einem zum nächsten Loch die Leitung weiterlegt. Das bedeutet einfach, dass jetzt wirklich bei jedem Loch zwei solche einzelnen Leiter rausschauen. Außer natürlich bei meinem letzten Loch, da habe ich nämlich dann auch das Ende, bedeutet da schaut nur noch ein einzelner Leiter raus. Ich habe am Anfang das Ganze übrigens auch etwas länger gelassen, doch jetzt habe ich es schon mal auf circa 10 cm abgekürzt. Eine weitere tolle Möglichkeit zum Verkabeln ist die, dass wir vor dem Trockenbau einmal an der Decke eine dementsprechende Leitung entlang ziehen. Und überall wo Spots danach reinkommen, da mache ich jetzt großflächig so eine Schlaufe rein. Die kann ich nämlich hier oben ganz einfach mit einem Klebeband zusammenkleben und später, wenn wir dann in den Trockenbau auch unsere 68 mm Löcher reinschneiden bzw. reinsägen, dann kann ich nämlich diese Schlaufe hier rausziehen und am Ende einfach hier unten mit einem Seitenschneider durchschneiden. Und somit habe ich dann auch dementsprechend die Verbindung zwischen den einzelnen Löchern jeweils gegeben. Bevor wir jetzt aber beginnen, sollten wir unbedingt einmal die fünf Sicherheitsregeln einhalten. Hierfür gibt es natürlich auch schon spezielle Videos, die an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller sind. Und falls du über deiner Decke jetzt noch Dämmung hast, solltest du diese beiden entsprechenden Löcher auf jeden Fall mal grob auf die Seite räumen, dass unsere LED-Spots danach natürlich mit der Dämmung nicht in Verbindung kommen. Danach manteln wir unsere Leitung mal um circa 10 cm ab. Und isolieren unsere Leiter danach alle auf genau 11 mm ab. Als nächstes unsere Leitung bitte unbedingt in solche kleine Abzweigdosen hineingeben, da wir nämlich die einzelnen Leiter jetzt nicht mit solchen einfachen Klemmen in unsere Decke zwecks Brand- und auch Berührschutz hineingeben dürfen. Außerdem haben wir am Ende noch eine tolle Zugentlastung, wenn wir das Ganze hier in die Abzweigdose hineingeben. Die Leitungen hier oben stehen circa 1 cm für eine ordentliche Zugentlastung über. Und jetzt gebe ich natürlich auch noch die Leiter von meinem Deckenspot hier hindurch. Dabei habe ich übrigens auch schon darauf geachtet, dass ich diese mal auf 11 mm abisoliert habe. Und da es sich hier um flexible Leitung handelt, benötigt man natürlich auch spezielle Verbindungen bzw. Klemmen dafür. Mit diesen kann ich jetzt nämlich auch hier oben alles verdrahten. In meinem Fall verbinde ich zuerst einmal alle braunen Außenleiter miteinander. Und wie gesagt, kann ich da natürlich auch die flexible Leitung jetzt ganz einfach hineingeben. Danach kümmere ich mich um meine blauen Neutrarleiter. Auch hier gebe ich die flexible Leitung wieder ganz einfach hinein. Und meine Schutzleiter kann ich jetzt natürlich auch mit anderen Klemmen verbinden. Diese aber wirklich bitte unbedingt miteinander verbinden, denn jetzt im Moment benötigen wir diesen Leiter zwar nicht, aber nicht, dass wir zum Beispiel in ein paar Jahren mal einen, zwei kaputten Spot gegen eine normale Lampe austauschen möchten und dann auf einmal feststellen, dass unsere Schutzleiter gar nicht miteinander verbunden sind. Deswegen diese wirklich immer miteinander verbinden. Wenn alles vorbereitet ist, kann ich meine Klemmen mal in die Verteilerdose hineindrücken, schließe diese danach natürlich auch. Und jetzt gebe ich meine Verteilerdose nämlich auch schon hier oben durch die entsprechende Bohrung durch, gebe diese natürlich noch etwas von den LED-Leuchten weg, obwohl diese natürlich auch nicht mehr wirklich warm werden. Und je nach Modell muss ich jetzt nämlich bei den Einbauleuchten hier zwei solche Klammern noch etwas eindrücken. Ich drücke diese also ein, gebe sie nach oben und wenn ich das Ganze loslasse, dann halten die Klammern meine Einbauspots hier oben auch schon richtig fest. Das selbe Spiel habe ich natürlich mit den anderen Spots auch gemacht und beim letzten habe ich sicherheitshalber auf meinen Schutzleiter natürlich auch noch eine Klemme draufgegeben. Wenn es dann also passt, dann sollten wir mal wieder Spannung auf das System draufgeben und das einfach mal ausprobieren. Deswegen Lichtschalter an und ich würde sagen, das schaut auf jeden Fall super aus. Weswegen wir solche LED-Deckenspots jetzt auch schon richtig verkabelt haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt eben solche Deckenspots, verschiedene Klemmen oder natürlich auch solche kleine Abzweigdosen hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.